Du, Papa? Ja, mein Deren? Was mag Ihnen so einen richtigen Kiel gut? So einen richtigen Kiel, also so einen richtigen Kiel. Die beschützt seine Familie. Die sorgt dafür, dass er Geld reinkommt. Die mag ihn vereinst, womit hat die Familie so richtig gekonnt. Oh, cool. Dann will ich auch so einen richtigen Kiel werden. So hat meine Mutter.